Sehr geehrte Damen und Herren! Es ärgert mich, dass der von Ihnen ausgetöschte Kopierer auch nicht gut funktioniert. Das Problem ist folgendes, vor drei Monaten habe ich bei Ihnen einen Kopierer gekauft. Leider gab es Probleme und Sie haben einen anderen Kopierer ausgetauscht. Anfangs hat es gut funktioniert und das gleiche Problem wiederholt sich. Seit gestern funktioniert die Kopierer nicht mehr richtig und es gibt immer einen Papierstau. Deshalb kann ich nicht mehr arbeiten. Bitte setzen Sie sich baldmöglichst mit mir in Verbindung. Sollten Sie das Problem nicht bis nächste Woche lösen, wende ich mich an die Verbraucherzentrale. Mit freundlichen Grüßen. Auf eine Reklamation reagieren. Sehr geehrte Damen und Herren! Wir bitten Sie, unsere Entschuldigung anzunehmen. Ihre Kritik nehmen wir sehr ernst. Soweit ich es derzeit überblicken kann, liegt das Problem beim Hersteller. Wir haben bereits zum Hersteller Kontakt aufgenommen. Sobald ich eine Rückmeldung des Herstellers habe, werde ich mich erneut bei Ihnen melden. Für die Funktionsfähigkeit der Ware ist der Hersteller verantwortlich. Ich kann Ihnen versprechen, dass der richtige Kopierer so schnell wie möglich geliefert wird. Den defekten Kopierer werden wir wieder mitnehmen. Aus diesem Grund bieten wir Ihnen einen 30 Euro Gutschein für weitere Buchungen an. Falls Sie noch Fragen haben, können Sie gerne jederzeit gerne an uns wenden. Ich melde mich, sobald ich mehr weiß und sage Bescheid. Mit freundlichen Grüßen